Hi, ich bin der Günther, willkommen aus der Rude. Willkommen zu einem Pokémon TCG Online Opening. Boah, ich muss mal lernen, in die Kamera zu gucken. Sorry, ist gerade wieder sehr professionell, ich muss mich an das Ganze mit der Maske erst gewöhnen. Ja, ich hab's hingekriegt nach dem Adventskalender, Pokémon TCG Online auch auf meinem eigenen Laptop zu installieren, und jetzt hab ich, wie ihr seht, ein paar Packs, die ich öffnen kann. Achtmal grauen, weil ich find's, wo ich ursprünglich gerade ein Opening aufgenommen hatte, aber das war in jedem Bereich so scheiße, dass ich's nicht hochladen werde. Einmal aufziehende Sturmröte, einmal nackte Flammen und... ...das war's. Warum kann man hier überhaupt zur Seite scrollen? Ich beginne mal mit Aufziehender Sturmröte. Auch damit... ...heut mal besondere Beleuchtung hier. Warte jetzt. Wie wir sind in der Maske am Kopf weg, weil es passt zum Thema. Nur eine Rare. Ein Schwablu, die Schmietem, Kamau, Kriege, Palim, Palim, Mediras, ein Konterpänger, ein Alpol, das kann allen Baum ablutschen, Sternru. Und die erste Rare des heutigen Tages ist... Boah, die Psycho-Arte. Klasse. Finde ich törflich. Dann Nacht in Flammen. Fächentlich ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel. Ich hab halt echt im Tokamon TCG Online noch nie so ne richtig heftige Karte wie ne Rainbow gezogen. Hier sind immerhin zwei seltenere. Hutu, das Vortex ist cool. Trassler, Ladybar, Pampuni, Sonnenfeld, Dussel und Fluchtsaal und ein hässlicher, tanzender Feenpilz in Reverse. Und die finale Karte ist der letzte Roth. Zwei von zehn Packs waren unbrauchbar. Sehr gut. Ich denke, ich hoffe mal, das Licht ist ganz gut. Es ist eigentlich voll draußen, äh, dunkel draußen schon. Und deswegen hab ich hier gerade neben mir die Zimmerlampe, die ich mir auch gerne mal an den Schädel haue an. Ja. Wer es nicht versteht, das Video ist noch nicht online mit dem Insider, weil es hier geht halt Kopf auf Tischplatte in Minecraft Mördern nicht mehr an meinem eigenen Schreibtisch und deswegen musste ich mir was Neues ausdenken. Ja. Weiter im Text. Oha. Volkanion in der Prisma-Version. Die erste gute Karte. Hallo. Danke. Geisierdüse. Einmal während deines Zuges bevor du ein Gaffes darfst du eine Wasserenergie-Karte aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legen und der Gegner muss dann sein aktives Pokémon tauschen. Ähm, und die Sauna-Bombe. Strong. Aber ich kenn's halt nicht mit Pokémon-Karten. Oh nein, also. Cool ist es trotzdem. Ist eine Prisma. vielleicht schon wieder zwei seltene Karten. Sonst hier nix relevantes. Die Dinger bekommt man viel zu häufig im Garlander Lichtfinsternis. Ja, ich mein dich. Genau, ich. Und die Tinten fischen wird's an ihm. Komm, es muss jetzt mal ne gescheite Karte drin sein, ne GX oder so. Komm. Ist zwar ne Ultra-Bestie, aber ich weiß, dass das verstörend war. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Äh, ja. Hier ist so eine Einoware mit Liebunkel, die Ultra-Bensin. Ein unbekanntes Fossil und ein UFO. Sag mal. Die Hälfte ist durch. Eine Prisna, ich höre hier schon gerne GX oder sogar Fiene, ein glücklicher Magnet, eine glückliche Blume, ein Trudel, ein glücklicher Zinnfisch, ein glücklicher Fuchs, ein glücklicher Löwe, eine glückliche Kiege, ein glückliches Nausfiel. Wenn die alle so glücklich sind, muss wieder auch was Gutes drin sein. Ja, guck mal, sogar die riesige Drachenschlange ist glücklich. Und das nutzlose Scheißfiel ist auch glücklich. Seht ihr? Kommt. Nur eine Rare. Du bist glücklich, du bist glücklich, du bist glücklich, du nett, du auch nett, du, kann man nicht einschätzen, du bist glücklich, du bist glücklich, du bist glücklich, und ich nicht. Es sind noch drei Packs, ich will hier noch was Gutes ziehen, damit das mal klasse, hier nur einer, das ist nicht, das ist glücklich, das erste, das ist glücklich, das ist glücklich, das ist glücklich, das ist glücklich, die ist glücklich, du bist müde, siehst aber auch glücklich aus, du bist glücklich, dich hatten wir da oben schon, die sind auch alle glücklich, glücklich, machen mich auch glücklich, ja, easy, und deswegen habe ich die Maskenkämmern geschmissen, wie geil, jetzt macht es mich nur ein bisschen, jetzt frustriert es mich nur, dass ich in diesen paar Packs schon von den Full Art Karten fast so gut war, wie in meinem ganzen Adventskalender, ins Kalender, okay, GX, das habe ich da noch zwei Stück, aber ein Item, ja, Erlösung, die letzten zwei Packs, ich rechne jetzt mit nichts Guten mehr, aber, ich habe trotzdem nichts dagegen, die sehen nicht glücklich aus, die sehen nicht glücklich, glücklicher Magnet, glücklicher Hase, das Master Sword, ein Schlüsselbund, eine Fee, noch ein Magnet, und die zwei seltenen Karten sind, das Master Sword hat noch den, äh, italianischen Schild zu sich geholt, und wieder eine, äh, glückliche Katze, Ballrosse sind toller als Katzen, ich finde die nicht auch, das letzte Pack für heute, scheint auch nichts Sinnvolles zu beneiden, wieder eine glückliche Blume, ein glückliches Broschvieh, ein Hummer, bei dem man nicht einschätzen kann, aber glücklich ist, ein glücklichen Hund, das Master Sword hat keine Emotionen, das ist ein Gegenstand, genau wie der Geheimnis von der Schatz, die nicht so glücklich ist Hundesnicht, eine glückliche Spinner, eine glückliche Eisscholle, und zum großen Abschluss, ich gucke weg, äh, und, und, kann ich glücklich sein? No, 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 kann ich nicht, naja, eine, sehr coole Karte war dabei, äh, ich gucke noch mal kurz, Heureka, also Trainer, hier ist sie, kann man sich nicht beschweren, also, naja, das war's dann für heute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, oder bei Ihnen im anderen Video, bis dann, ciao, wie convenience icy Karl zufrieden. k favour